Ich will auch. Aber ich schlag dich rüber, Andi. Und jetzt? Wie weiter? Ja, die ist aber auch zu scheißen. Ähm, Soulchaos, übrigens ein Vorschlag. Bei der nächsten Jump Map Map, die du machst. Äh, eine, weil der immer nicht ständig stirbt. Wie ich zum Beispiel. Ja, also einzelne Räume, wo dann die Challenges sind, das find ich auch ein bisschen cooler. Genau, so ne Jump Parcours Map. Träumst du auch immer vom Respawn Button? Hast du ne Jump Map? Alter, jetzt bin ich da wieder runtergefallen. Unter anderem, ja. Und dann erscheint nachts immer so'n großes, du bist gestorben, mitten in meinem Gesichtsfeld. Ja, genau. Ja, jetzt, heute kommt dann, äh, heute Nacht kommt dann, you fell out of the world. Ja. Hey, ganz ehrlich, ich bin so dumm. Und plötzlich liegst du am Boden, nicht mehr im Bett. Ganz ehrlich, ich bin so dumm. Ganz ehrlich, hast recht. Sprache und flog selber hinab. Ich. Auf eine dumme Art und Weise. Oh, scheiße. Sprache und flog selber hinab. Auf eine dumme Art und Weise. Heute ist, heute ist erst die Party. Ja? Eigentlich wollte ich, eigentlich wollte ich da hin, aber. Ach, du bist nicht. Ja, dann geh hin. Ich war übrigens auf jeder, äh, erst die Party. Jetzt will ich da. Ernsthaft? Ja. Und ich hab dich bei vielen, und ich, und ich hab dich bei mehreren begleitet, ja. Was hat, wieso denn? Ist der immer so süß, oder? Als männliche Begleitung nicht, nein, äh, als, als Hilfse-Mensch. Ach so. Als Malteser. Kann man ja mal verpassen. Vorrechtlich. Oh, jetzt weiß jeder, jetzt weiß jeder, wer, jetzt weiß jeder, wer du bist. Ja. Menschen retten uns so. Ja, geht gar nicht. Jetzt! Flo! Boah, spring doch, wenn, wenn du schon anspringst, dann deutet es nicht nur an, ne? Du musst mich einfach warm bringen. Sagte er, und fiel aus der Welt. So Flo, jetzt mach mal hier. Hey, sag mal, wieso schaff ich dir nicht mehr den Sprung, ich bin so hässlich. Du warst voll dran, ne? Du warst echt dran. Ja, ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Würde mich ankotzen. Alter, wie geht das? Wie hast du es jetzt gemacht, Flo? Du musst im Bogen springen. Echt im Bogen? So ein Halbbogen einfach. Nach außen, oder was? Ja. Ja, genau. Sprach ihn durch den Stein durch, du Held. Ja, ich hab das von auch schon probiert, aber es hat nicht geklappt. Ja, du kannst einfach nicht. Ich bin gleich ganz runtergefallen. Sprachian flog aus der Welt. Oh, Jakob. Oh, Jakob. Lass mich nicht mal nicht reinspringen. Ja, geh einfach weiter. Ja, Jakob. Sprachian und fiel aus der Welt. Wir benutzen das jetzt schon wieder zu oft. Lieber Soul Chaos, leider werden wir es heute nicht schaffen, diese eine Challenge zu machen. Also jetzt Leute, jetzt erklärt mir nochmal, wie mache ich das jetzt hier am besten? Ja, theoretisch weiß ich es auch, aber es bringt halt nichts. Boah, ich bin nicht so dumm. Schnell rennen bringt nichts, oder was? Schnell rennen bringt nichts. Nein, das habe ich vorher probiert, da bleibt mir auch kleben. Ah ok, doch geht. Ich hab's geschafft. Du bist einfach gerannt, oder was? Ich bin gerannt und hab einen ganz kleinen Sprung gemacht, ja? Kurz bevor ich da runterfalle. Hä? Wie gerannt, kleinen Sprung gemacht? Wie kann man den kleinen Sprung machen? Also renn mal. Also hier, geh erstmal hier rüber. Genau, und jetzt renn und dann ganz vorne am Eck springst du halt. Ich glaub du springst. Doch. Ja, geh mal ein Stück weiter, geh mal ein Stück weiter, sonst mach ich dir weit Schaden. Ich komm hier nicht hoch. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Ja, das hab ich mir vorrauffiert. Ja, das hab ich mir vorrauffiert. Es sind aber noch fast 20 Millionen Action. Jakob ist so... Ja, Jakob ist wie ich da runter. Ja, das ist mir vorrauffiert. Oh, ich brauch noch mal so'n... So'n Powerdrink muss ich öffnen hier. Oh, Jakob, danke. Oh je. Das hat sich mir voll gut angehört. Ja. So. Jetzt könnt ihr live zuschauen. Oh, Tobi, mach er was. Jetzt könnt ihr live zuschauen, wie ich's mache. Ich hab die Nummer 2 gezogen, Flo, als Karne. Du musst dich leider hinten anstellen. Der Stift macht das jetzt. Felix Baumgartner. Nur halt irgendwie... Schlecht. Ja, er fällt also auch runter. Hä? Du läufst einfach durch mich durch? So, jetzt der nächste Frage ist doch. Wir haben jetzt hier die Fail-Compilation. Nein! War schon wieder fast dran. Also, Jakob, du sagst einfach sprinten und dann im letzten Moment jumpen. Ja. Hat grad irgendwie gut geklappt. Ja, sehr gut geklappt. Bei dir hat's auch fast geklappt. Nee, fast. Ja, aber nur fast. Jetzt läuft mal zu, Schnucki. Ja, ich musste euch filmen. Ah, die hat irgendeinen Spultart heute. So, irgendwie nehmen wir auf. Ja, wenn wir nicht aufnehmen würden, dann... Das mit dem Springglapp nicht. Nee, grad echt nicht. Das ist scheiße. Bei mir hat's mal geklappt, komischerweise. Ja, du hast dich durchgeleckt wahrscheinlich bei dir das selber. Wenn wir nicht aufnehmen würden, dann hätte ich diese Challenge schon längst übersprungen. Nee, ich fall natürlich ganz runter. Na, geh jetzt da rüber, du blödes Stift-Ding. Oh, oh, hier stehen ein paar. Oh, Hilfe. So, ich mach das jetzt. Hör was ist jetzt, du. Jetzt wird's grad zu rot. Es ist Abend. Nein, es ist morgen. Es hat schon lang keiner mehr jemand anderen runtergehauen. Ey, ich warn dich. Wir haben ausnahmsweise meine... Ja, ja, ja. Wer hat's gemacht? Wie hast du's gemacht? Wie hast du's gemacht? Ich bin auch ein bisschen von der Wand weggehüpft und dann... Das hab ich vorher nicht gemacht. Ah, ich hätt's auch fast. Aber du standest noch da. Nein, jetzt bin ich mal runtergeflogen. Ach, ich bin eh einfach zu doof. Hey, danach wird's wieder unmöglich. Hey, wie zum Teufel. Ich weiß nicht, sollen wir uns mal weiter oben einen Jackpot hinbauen nachher? Ja, das wär... Also, vielleicht knapp vor diesem ekligen Sprung, oder? Das könnte man sich überlegen. Nee, jetzt machen wir's mal noch. Echt, wir sollen nicht cheaten. Man soll ein bisschen leiden sollen noch. Ja, gut, stimmt. Eigentlich... Ja, es ist lustig für die Zuschauer, wenn wir leiden. Einfach, wenn wir leiden. Ja, du hast Zeit. Ähm, machen wir mal kurz noch was aus. Jeder darf in dieser ganzen Map nur einmal eine Challenge überspringen. Ja, okay, gut. What? Was denn? Schau mal, wie weit hoch das noch geht. Das ist ja die hier praktisch. Also, Jakob, ich erinnere dich dann dran, gell? Wenn wir bei der dritten Challenge sind und du die hier schon übersprungen hast. Oh, ich fall da ganz runter. Ich fall da ganz runter. Ich fall da ganz runter. Ja, also, jeder noch einmal überspringen. Okay, gut. Dann mach ich die jetzt mal ganz schnell fertig. Und dann überspring ich die nächste und dann bam. Oh, man. Ich bin einfach der... Oh, Entschuldigung, ich bin der Andreas. Und ich bin zu groß dahin zu springen. Wie heißt die Map eigentlich? Hat die Namen? Äh, die Map heißt... Die Map heißt... Genau. 1000 Jumps 2 heißt sie. Ach, stimmt. 1000 Jumps war es ja. Genau. Hat jemand mitgezählt? Also, bei mir war es schon mehr als 1000. Und mehr als 500 sind durch die Welt geflogen. Aber trotzdem noch mal vielen Dank fürs Erstellen. Auch wenn wir failen. Ohhhh. Ja, aber die Gegend, äh, lieber Soulcast, die Gegend, da sind einfach nur Kühe. Ja, aber ich finde Kühe schön. Hast du was gegen Kühe? Hast du jetzt Kühe beleidigt oder was? Ja, ne. Bist du ein Korrekt? Jetzt mach ich das. 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 Jetzt mach ich das nicht mehr. Ich war drüben irgendwie runtergefallen. Ja, Flo. Tobi, bist du auf den zweiten draufgekommen? Ja, da war ich auch schon. Aber danach wird's nicht besser. Und wie? Bist du draufgekommen? Ähm, wieder ein Stück von der Wand weg. Okay. Ich wollte gut filmen und bin runtergefallen. Du kennst ja echt nichts Jakob, oder? Jakob. Jakob. Das war das erste Mal seit langem, dass ich, äh, runtergefallen bin. Aber ich glaub, das ist gar nicht von ihm so gewollt, dass er obendran was ist, oder? Das... Wahrscheinlich hat er das nicht berücksichtigt. Ich weiß es nicht, ja. Weil, wenn man mal hier auf diese Seite schaut, da ist nirgendwo so'n Sprung. Ja, wahrscheinlich ist das... Ja. Ich hab ja mich noch mit... An der einzigen Stelle. ...unterhalten gehabt im Vorfeld. Der hat mir noch ein bisschen was gesagt. Ja, ja. Und der hat manche Sachen nur im Creative Mod probiert. Was auch immer das heißen mag. Er ist durchgeflogen. Achso, also wir sind eigentlich so quasi grad Versuchskaninchen. Äh, ja. Ist natürlich gut, dass wir jetzt aufnehmen, dann reicht's schon. Ich bin echt zu doof, oder? Dann hat er die Fails auf Video, weißt du? Ja, richtig, genau. Dann hat er den Beta-Test live auf Video. Äh, Alpha-Test wahrscheinlich. Pre-Alpha. Oh, ne, 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 ne. Wie geh weg da? Ich geh mal mit 2. Helga. Ja, ich fall ja schon runter, keine Sorge. Ich wollte... Hast mich runtergeschlagen, Jakob. Ich wollte dich runtergeschlagen, aber. Das gibt Rache. Ich hab dich nicht runtergeschlagen, ich hab dich eigentlich... Ja, das gibt Rache. Jakob, ich hab das auf Video. Hehehe. Hast du gar nicht. Hast du gar nicht. Hast du gar nicht. Woher willst du wissen, dass ich nicht rausnehme? Ja, du hast ja eh nicht gesehen, wie ich die gehauen hab. Aha, ich geb's also zu. Ja, ich geb's zu. Okay. Sind wir jetzt Quid? Nein. Nein, sind wir nicht. Reicht zugeben nicht, ne? Hey. Du reichst mir nicht. Du reichst mir nicht. Hey. Du reichst mir nicht. Du reichst dir grüner Viech, ganz ehrlich. Geh mal weg da. Du reichst dir grüner Viech. Habe ich drin. Sorry. Der hefliche grüne Viech hat die Fuhle. Bäh, 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 bäh. Scheiße. Naaaaaah. Wie soll man das denn schaffen? Jämmeh. Jämmeh. Wir waren noch nicht mal bei der Hälfte. Ja, aber wie gesagt, ich glaub das ist auch ein Fail, dass man da nicht so leicht springen kann. Weil oben kommt sowas Schwieriges. Oder? Ja, wir können es schlecht umbauen an der Stelle. Ja, jetzt können wir es nochmal. Wir können es halt nachher überspringen. Jetzt würden wir es mal drei Stunden lang und dann. Ja, jetzt probieren wir es mal. Am Anfang stand nicht cheaten. Ja, das ist mir egal. Das steht auch in dämmlichen anderen Spielen. Ich hab den Server gehostet. Ich cheate einfach, wenn ich will. Du hast solche dicken Eier. Naaah, du hast dicke Eier. Okay, gut zu wissen. Nikojones, wollte ich sagen. Ja, der kommt auch gleich raus, mein ich, oder? Das weißt du. Mit deinem 3-0-A, wie krass. Ja, der Flo hat alles... Ja, wir haben ihm so ein Spanisch-Wörterbuch geschenkt. Hab's dir doch gar nicht. Der hat nebendran sein Smartphone in der Hand und googelt alles. Was wir sagen. Nein, ich hab wirklich ein Spanisch-Wörterbuch im Zimmer. Aber aus anderem Anstrengen. Ich hab ein Islandisch-Wörterbuch. Es macht Spaß, mit dem Flo gemeinsam aus der Welt zu fallen. Ja, das ist ganz romantisch. Ich guck, dass ich keinen Blödsinn mache. Oh, Andreas. Was ist denn gleich? Oh, das glaube ich nicht heute, ey. Ich war das nicht. Also, ich verstehe gar nicht, warum der Frieda und der Matze nicht mitmachen wollten. Ja, ich auch nicht. Ich kann's echt nicht nachfinden. Ich mag einen Cut. Einen Shortcut. Vor allem, wieso denn wir gleich am Anfang? Ich meine, gut. Um dich zu demotivieren. Ich glaube, es wird ja nicht besser nachher. Ich glaube wahrscheinlich einfach, um dich zu demütigen, nicht um dich zu demotivieren. Das kommt ja beides von Dämon. Ja, ja. Dämon. Das hat er jetzt auch mal kurz in Google nachgeschaut. Hat er nicht. Dämon Tools. Dämon Tools. Übrigens sehr praktisch Dämon Tools. Ja, gibt's auch zu Demonstrationszwecken. Sowas benutzt doch niemand. Das ist ja voll böse. Ey, wieso, hä? Weil Dämon, du Vollkosten. Ja, deswegen auch. Ja, eigentlich ist es ja wirklich legal, aber die man ist ja egal. Hä, wieso? Ich hab doch keinen Bock jedes Mal, wenn ich was aufnehme, via das Spiel zu wechseln. Ähm, deswegen zieh ich mir die ISO auf die, äh, also kopier ich die mit Nero. Nö? Um mal hier ein bisschen Produktplacement zu machen. Mit Nero mach ich mir dann von der CD. Wenn dann bitte beides. Entweder Produktplatzierung oder Product Placement. Okay, dann Product Placement. Und dann mach ich mir davon eine ISO-Datei und die maute ich dann und muss ich nicht ständig die CD wechseln. Ja, okay. Jacob, du kannst auch Steam benutzen, dann hast du gar keine CDs mehr. Ja. Steh da dran, du blödes Minecraft-Fisch. Ich hab aber da auch einen Flohmarkt gekauft. Was weiß ich denn da mit Steam? Ich hab keine Ahnung, vielleicht hat er dir die Lizenz mit verkauft. Sagen wir mal, ich spiele aber schon mit Steam? Hallo, 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 hallo. Hast du hier die Seife gefunden? Hast du hier die Seife gefunden? Hast du hier die Seife gefunden? Wo ist die Seife? Wo ist die Seife? Okay, wo ist die Seife? Ey, wie bist du jetzt schon hier weitergekommen, Tobi? Ich bin wieder runtergefallen, by the way. Hey, was machst du hier? Ich steh in dir. Mach mal. Oh, nö! So, jetzt guckst du dir an, guckst du dir an. Jetzt fall ich garantiert wieder runter, ne? Ich kann ihn nicht mal cheaten. Ich konnte mir grad keine Leiter mehr holen. Fail. Boah, wir machen jetzt da eine Leiter hin, ist mir zu blöd. Ja, mir auch. Das macht echt keinen Sinn. Also das ist abartig schwierig. Ich hab mich da einfach weggeleckt grad eben. Du kannst einfach hier die Leiter hoch machen, auf diese Ebene, wo man dann quasi wieder rüber kommt. Machst du es grad? Ja, Moment. Der Stift cheatet, der Stift cheatet! Der Stift cheatet, hast du es auf Video? Der Stift cheatet. Ja, er hat es alles zugegeben. Er hat gesagt, ja, Moment. Damit hat der Stift offiziell die Challenge aufgegeben, würde ich sagen. Ihr könnt mich im Arsch machen. Nein, das war ja allgemeines, äh. Nein, ich will es nicht. Also, ja okay. Dann machen wir sie für dich halt wieder weg. Dann darfst du es halt nicht benutzen. Ich muss die Stelle erstmal finden. Ja, nein! Ich habe es geschafft und bin zu weit gelaufen. Die Sprünge sind alle scheiße. Also du musst auch danach nicht weiter. Wie hast du es denn geschafft? Ich bin eigentlich gesprintet und gesprungen. Und zwar in so einem leichten Bogen. Mit einem Pfeil. Du hast doch mittlerweile die Suche da drin in dem Ding, ne? Nein! Nein! Wir sehen, dass du dir Rechte gegeben hast. Tja, ich bin allmächtig. Ne, vielleicht habe ich es ausgestellt. Das wollte ich nämlich auch ausstellen. Also ich mach mal hier am Rand einfach. Ähm, da haben wir gar keine Kontrolle mehr. Ja, ich meine, ich sehe es ja auch nach dem Vlog. So, also jetzt müsste er im Prinzip nur... Ist eigentlich komisch, egal. Hier wird es ja nicht besser. Ja. Kommt das, kommt so eine Scheiße. Noch mal nachher irgendwo. Brrrrrr. Ja, okay. Dann, geht es so Jakob. Die Konzentration muss hochgehalten werden. Okay. Dann... Ähm, wo? Ich baue da einfach eine Leiter ganz hoch. Wird ihr mich verarschen? Hä, wer, wo, was, wann? Ihr da am Rand. Ich bin der Herkopf, ich bin schon eine Etage höher. Hehehehe. Ich lach scheiße. Hehehehe. Hätte einem die Leiter nicht schon von vornherein zeigen können, die hier so hoch geht? Ja, die, also die haben wir gar nicht gegessen. Das ist noch was blödes. Ah, stimmt. Die habe ich jetzt echt nie bemerkt. Und dabei bin ich so oft um das Eck da rumgesprungen. Mein Gott. Das ist echt bitter eigentlich so. Die Leiter war einfach, ne? Ja. Puh, ich bin knapp fast oben. Ich glaube, er fliegt gleich wieder runter, ne? Scheiße. Was, du bist fast oben? Ja, hier ist es voll easy. Ey, Andreas, du bist so hässlich. Ganz ehrlich. Hat er dich runtergeschlagen? Nein. Hat er dich echt runtergehauen? Ja. Hat er dich echt runtergehauen? Ja, natürlich. Ich fliege jetzt auch hoch. Ist mir scheißegal. Nein, warst du nicht? Du bist echt dick, ne? Jakob, hier bitte gibst du die Challenge auf. Das weißt du. Wir hatten dich da runtergehauen. Jakob, das darfst du echt nicht. Äh, Moment mal Jakob. So hoch warst du nicht, mein Freund. Mein Freund und Kupferschächer. Ja, komm, du warst von hier aus in Schlagreichweite. Wo ich jetzt bin. Aha. Was war das? Hä, was war das? Oh, die Hand Gottes, oh. Wie hast du mich jetzt gekillt? Das Schicksal. Nein! Dein Schicksalsfahren war zu Ende. Ey, wieso bist du gestorben? Andy, was hast du denn gemacht, dass du gestorben bist? Ey, wie hast du mich jetzt gekillt? Einfach killen oder was? Nein! Oh Gott, sehr dank. Ich weiß auch nicht, wie du gestorben bist. Alter, ich hasse... Ich hasse den Menschen, der an der Konsole sitzt. Nächstes Mal hast ich den Server wieder. Dann hasse ich mich nämlich selber. Ja, wenn du mich auch so blöd da runterhaust, ganz ehrlich. Ich hab dich nicht blöd runtergehauen, das war voll intelligent. Voll durchdacht, ey. Äh, ja. Pail. Ich pail.